In meinen ersten Rundgängen habe ich euch ja schon erzählt, was es alles gibt. Also Oblaten gibt es, es gibt Kugelschreiber. Und jetzt hat Beatrice aber hier etwas, und das möchte sie mal vor euch allen auspacken. Das heißt, das könnt ihr auch zu Hause lassen. Die Volkshochschule in Kassel, die sind ja ganz weit vorne dran. Und die haben sich gedacht, so für Kongresse, es ist ja immer gut, präpariert zu sein, nicht wahr? Deswegen haben sie ein kleines Giveaway gemacht. Und falls ihr das doch vergessen solltet, oder die aus sind am Stand, dann hat die Volkshochschule in der Region Kassel auch Babyschwimmen im Angebot. Also alles organisiert, ihr könnt kommen. Und diese Sachen gibt es am Stand der hessischen Volkshochschulen. Wer früh kommt, kann da vielleicht noch was werden. Lieber Himmel, ja. Jetzt wird es da wieder ein...